Wenn du wissen willst, wieso dein Quad nicht flieht Wenn du wissen willst, wieso der Paddy oftmals zieht Wenn du dich wunderst, wieso dein Quad macht feurio Wenn du dich fragst, wie wurde Steffi Freestyle Pro Dann hör jetzt Probe-Geflüster Ja, die Jungs, ja, die haben's drauf Dann hör jetzt Probe-Geflüster Schlechte Lötstellen gibt's zuhauf Und wenn's dann immer noch nicht geht Dann schreib einfach den Chris ganz viel privat an Denn der freut sich sehr Intro aus So ein wunderschönes Intro, Paddy Ich find's jedes Mal wieder geil Und herzlich willkommen euch da draußen zum FPV-Podcast Prop-Geflüster Heute mit zwei alten Hasen, die ihr mittlerweile schon kennt Und zwar ist heute dabei der Niklas Grüß dich, Niklas, hallo Servus, guten Abend Und wir haben mal wieder den Paddy mit dabei Ja, guten Mittag, letzte Woche hatte ich keinen Bock, äh, keine Zeit Aber jetzt bin ich wieder dabei Genau, und den Paddy haben wir mir wieder mit an Bord geholt Weil diese Folge wird, glaube ich, mal ein bisschen härter Wir reden tacheles Wir ranten Wir haben uns jetzt auch schon im Vorfeld, ich glaube, eine Viertelstunde lang über die Themen ausgelassen Es wird keine Haichi-Bombaichi-Folge Es wird keine Kuschelfolge Und wer sowas nicht erträgt, der schaltet am besten jetzt ab Und für alle anderen Wir werden heute über Cinewhoops sprechen Und wir werden heute über Cinematic-Videos sprechen Bevor wir dabei hinkommen, ähm, ja, begrüße ich euch beide erstmal ganz herzlich Und schön, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt Und die obligatorische Frage Wo wart ihr denn die letzten zwei Wochen, ja, so unterwegs? Oder beziehungsweise, Niklas, du bist ja schon mal Bist ja schon länger nicht mehr bei uns gewesen Was war denn in letzter Zeit bei dir so los? Ähm, tatsächlich nicht so extrem viel Aufgrund dieser ganzen Corona-Covid-19-Geschichte War ja erstmal relativ lang nichts mit Fliegen Ähm, ich hab die Zeit ein bisschen für andere Geschichten genutzt Äh, zum Arbeiten an so Geschichten Und, äh, genau, jetzt bin ich tatsächlich wieder mehr am Fliegen Wir haben die Möglichkeit, bei uns wieder am Platz zu trainieren Und ein bisschen bin ich gerade dran Viele neue Setups und Konfigurationen zu testen Und, ja, ist einfach wieder schön draußen zu sein und zu fliegen Sehr schön Paddy, du warst Ganz viel unterwegs Bei unserem Platz Ja Wir dürfen jetzt zweimal die Woche wieder fliegen, ne? Und du nutzt es voll aus Wir haben jetzt fixe Trainingszeiten, ja, zweimal die Woche Und von denen, seit es diese Trainingszeiten gibt Hätte es, glaube ich, theoretisch sechs Termine gegeben Von denen sind vier verregnet worden Naja, was soll's Die restlichen Tage waren wir natürlich fliegen Am Feiertag waren wir auch in einem ziemlich coolen Spot Den der Ernie zum Racen auserkoren hat Neben der Schule, die schon mal in einem Video aufgetaucht ist Da war das Gras, wenn man es den Gras nennen will 40 Zentimeter hoch Wir hatten ungefähr vier Gates und zwei Fahnen oder sowas dabei Und Gamefahren Freestyle Cubes als Gates Die nicht gehalten haben War schön Muss man es nicht unbedingt wiederholen Aber das war eine lustige Erfahrung Jo Und sonst halt bei uns am Platz ballern Und Steffi, ich warte immer noch darauf Dass du endlich mal in meinen Wing fliegst Wann machen wir das denn? Ja, ich muss immer ein bisschen warten Ich habe jetzt bei meiner China-Bestellung nachgefragt Wann die denn endlich losgeschickt wird Ich warte noch auf die Servos Ja, die haben sie irgendwie nicht auf Lager Und deswegen haben sie es nicht losgeschickt Ich habe mir jetzt woanders zwei Servos bestellt Und werde jetzt schnellstmöglich meinen Lidl Glider umbauen Auf ein RC-Flugzeug Und dann gehen wir sehr, sehr gerne zum Fliegern, Paddy Das wird so toll Mal schauen, wer zuerst dein Ding komplett im Boot geschmittelt Also auch ein Wing Du darfst nur mit Wings mitfliegen Ne, ich habe keinen Wing Aber ich könnte euch chasen Mit dem Copter Das habe ich schon mal gemacht Das war eigentlich echt ganz witzig Bis darauf, dass man erstmal relativ lange braucht Um den Wing am Himmel überhaupt zu finden mit dem Copter Allerdings bin ich auf DJI umgestiegen Und deswegen wird das jetzt wahrscheinlich deutlich einfacher Du bist auf DJI umgestiegen Ja, zumindest mit den Film Coptern und den Freestyle Coptern Das Copter halt einfach mal hier so nebenbei Ich bin auf DJI umgestiegen Ja, das hat er doch schon länger gehabt Mann, Steffi, pass doch mal auf Ja, echt so Echt? Ich habe doch hier angeguckt, wird die Verkäufe und so Eben So, okay Ne, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen Cool Und, wie ist es? Ja, also für das, was es machen soll Also so zum, sag ich mal, teilweise Freestyle fliegen Und zum Filmen für meine Zwecke perfekt eigentlich Nicht, dass man jetzt das Material, was aus der A-Unit kommt Tatsächlich verwenden kann für irgendwelche professionellen Zwecke Aber man sieht halt deutlich mehr Die Reichweite ist echt ganz gut Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund Weil die Störungen sind nicht so extrem Und man sieht halt echt wirklich extrem viel Also jeden Grashalm, jeden Ast Und das hilft schon wirklich Kann man voll Cinematic damit fliegen, oder? Naja, es kommt drauf an, was man als Cinematic definiert Okay, wir kommen später dazu Halt dir deine bösen Worte noch zurück Halt sie noch ganz kurz zurück Ich stechle immer noch so ein bisschen mit rein Genau, tief durchatmen Paddy, bist du Cinematic geflogen oder warst du nur Raisin? Ich war leider nur Raisin Wobei, stimmt gar nicht Ich hatte, glaube ich Weil ich zur Zeit wieder einen GoPro-Mount auf einem Racer habe Habe ich eine GoPro ab und zu mal oben drauf Das halt in den YouTube-Videos Man nicht nur DVR sieht Was halt ziemlich kacke ist Dass ein bisschen GoPro-Footage mit dabei ist Aber das ist natürlich nicht Cinematic Weil, aber wie du gesagt hast Da kommen wir später noch drauf Was man denn unter dem Wort verstehen sollte Das ist einfach schöneres Footage Wobei man sagen muss Dieser Racer Da sitzt die GoPro ziemlich weit oben drauf Und der fliegt sich echt wie ein Bus Den du damit rumfährst Aber es sieht ein bisschen schöner aus Mit der GoPro obendrauf Naja Weiß man doch zwei Akkus lang Flugstil dann quasi wie so ein Cinewub, oder? Nee, Cinewub fliegt anders schlicht Okay, kommen wir auch gleich noch drauf Ja, ich war weiterhin mit meiner Tango unterwegs Und ich liebe sie immer noch total Ich finde sie perfekt Kleiner Hinweis an alle Tango-Nutzer Es kam jetzt vor kurzem ein Update Von TBS raus für die Tango Das sollte jeder machen Und zwar behebt es Oder es gibt so einen Bug Dass sich die Tango, wenn sie am Rechner angesteckt war Danach irgendwie aufhängt Also man lädt sie über den Rechner auf Oder über den PC auf Und danach hängt die sich komplett auf Und man kann diesen Bug nur beheben Indem man die Tango aufschraubt Den Akku aussteckt und wieder einsteckt Und mit dem Update 1.12 Beta Also es ist noch ein Beta-Update Aber mit diesem Update wird dieser manuelle Reboot-Prozess behoben Genau, also das sollte eigentlich jeder Tango Absolut verliebt Geile Fernbedienung Hashtag Not Sponsored Aber ja, muss jeder selber für sich wissen Was er dann fliegt Wir haben zur letzten Folge glaube ich Gar keine Kommentare bekommen Ich hätte noch einen Kommentar Ja, wenn der Marc sich die Folge jetzt anhört Ob er seinen Namen Kamikatze Ganz dreist beim Alf Päuer geklaut hat Das ist ein ziemlich cooler österreichischer Kabarettist Ich weiß ja, dass du ein großer Freund Des österreichischen Volkes bist Und da habe ich das zum ersten Mal gehört Dieses Wortspiel mit Kamikatze Deswegen Marc, wenn du zuhörst Raus in der Sprache Hast du das da geklaut Gib's zu Können wir gerne Können wir gerne weiterleiten Genau Ja, kommen wir gleich zum Thema Nicht lang rumschweifen Sondern wir kommen gleich zum Thema Du hast es ja gerade schon erwähnt Dein Copter fliegt Dein Racer fliegt mit GoPro obendrauf Wie so ein Bus Ich bin jetzt tatsächlich noch Keinen echten Cinewhoop geflogen Aber ich glaube Der Flugstil eines Cinewhoops Ist ähnlich wie ein Wie so ein alter Bus Wo die Stoßdämpfer schon durch sind Und wo vielleicht irgendwie auch Ein Reifen platt ist Wir sprechen jetzt erstmal So ein bisschen über Cinewhoops Und das kommt daher Dass diese Cinewhoops Momentan echt extrem inflationär Auf den Markt geworfen werden Jeder Hersteller Schmeißt irgendwelche Cinewhoops Auf den Markt Jeder der irgendwo denkt Er muss jetzt mit Coptern anfangen Kauft sich irgendwie So ein ready to fly Cinewhoop Was meint ihr Sind diese Cinewhoops Wirklich geil Weil man damit Super cool ins Hobby Einsteigen kann Man hat diese Propellerschützer mit dran Oder sagt ihr Naja Das ist wieder so eine Kuh Die durchs Dorf getrieben wird Und die Hersteller freuen sich Damit sie quasi Wieder was haben Was sie verkaufen können Damit die Leute Wieder was Neues kaufen Sollen wir vielleicht Erstmal kurz erklären Wo das ganze Cinewhoop Ding sie eigentlich herkommt Was damit ursprünglich gemeint ist Also liegt das Du kannst mich gerne Jede Zeit unterbrechen Wenn ich Schwan erzähle Aber ich habe Das Ganze zum ersten Mal In dem Video Vom NERC gesehen Der Paul NERCULAR Der hat sich als erstes So ein Oder was heißt Das war bestimmt nicht der erste Aber das erste Mal Dass mir das untergekommen ist Vor eineinhalb Jahren Also schon relativ lange her Noch vor diesem Trend Diesen Shen Drones Squirt gebaut Und das ist eigentlich Glaube ich So ein zwischen 3 und 4 Inch Copter Und der Gag an dem ganzen Teil War eben Dass er Wie du schon gesagt hast Du hast es Propschützer genannt Aber eigentlich sind es Tatsächlich Ducts Um die Propeller rum Das heißt Die haben auch Funktionen An dem ganzen Ding Nicht nur die Props Schützen Beziehungsweise die Leute Vor den Props zu schützen Sondern sollen eigentlich auch Auftrieb mit erzeugen Und der Effekt davon ist Dass du einen relativ Kompakten Copter Wie gesagt Die normalen In Anführungszeichen CineWoo Props Sind so zwischen 3 und 4 Zoll Irgendwo Propeller Der aber eine vollwertige GoPro Hero 8 In meinem Fall Oder damals Eine Hero 7 Tragen kann Und wir haben jetzt schon Sich überlegt Okay 3 Zoll Motoren sind jetzt Nicht so 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 stark Und durch diese Ducks ist das Ganze Halt auch aerodynamisch Für den Arsch Also du hast es ja mal gesehen Als man war in der Schule Fliegen war Und ich mit meinem CineWoo ein bisschen Geflogen bin Sobald du da ein bisschen Seitenwind hast Weht dir das Ding halt Überall hin Und nicht dahin Wo du hinfliegen willst Und es ist halt Ziemlich schwach Motorisiert für das Was es für einen Copter Wenn man es jetzt So die normalen 5 Inch Copter Sich vorstellt Hat den Vorteil Dass man durch diese Ducks Die die Propeller Natürlich auch schützen Natürlich auch schützen Oder Leute vor dem Propeller schützen Nah an Leuten Vorbeifliegen kann Und in diesem Video Damals von Von Nurg Da hat er eben So ein Werbevideo gemacht Ich glaube das war Für eine Spielhalle Und es war ziemlich Cool choreografiert Er ist so quasi Hinter Leuten her geflogen Das hat sich dann So eine richtig schöne Flüssige Szene ergeben Wie er durch diese Spielhalle geflogen ist Verschiedene Leute Beobachtet hat Was sie dann so machen Durch die Spielhalle Durch, rauf Unter, Zeug Und drüber Was man halt Mit einem 5 Zoll Niemals machen kann Weil man den Leuten Sonst die Köpfe Absäbeln würde Und auch mit diesen ganzen HD Kameras Split HD Kameras Säht es natürlich auch Kraut und Rüben aus Aber so ein Sinewub Ist halt eigentlich Kein geiler Agiler Supercopter Sondern es ist einfach Ein Werkzeug Wenn du sagst Wäre das ein guter Copter für Einsteiger Muss ich ganz klar sagen Also dieser Sinewub nach Definition Nein Weil der fliegt Ziemlich kacke Fliegt auch Find ich relativ schwer Teilweise zu beherrschen In manchen Situationen Und du musst schon Ein bisschen was drauf haben Dass der Sinn davon Ist ja ein schönes Flüssiges Footage zu generieren Das du dann später Eben teilweise auch Für professionelle Sachen Verwenden willst Und da musst du Geht es nicht Als Anfänger hin Da machst du dir Tendlich das Ding Nur kaputt Weil halt einfach Ein Haufen Zeug dran ist Das ein Copter Eigentlich nicht braucht Ich weiß nicht Niklas du bist ja glaube ich Auch schon lange In diesem Sinewub Game Mit dabei Was hast denn du Da noch so für Für Meinungen dazu Also Erstmal das Das Video Was du vom NERC Angesprochen hast Das habe ich auch gesehen Aber nur um so Diese Sinewub History So ein bisschen Zu vervollständigen Das erste Sinewub Video War tatsächlich Von einem Typen aus Amerika Namens Robert McIntosh Heißt er glaube ich Der hat relativ früh Schon angefangen Mit Drohnen Also mit DJI Phantoms Und so Krasse Sachen zu fliegen Aber er hat ein Video Dadurch wurde auch Real Steady Damals bekannt Indem er Am Venice Beach In LA Durch so kleine So Gymnastikringe Durchgeflogen ist Durch Palmen Durch Schilder Und hat da so Eine Bond-Tag gemacht Der glaube ich Zwei Minuten ging Wo er einmal An diesem kompletten Strand entlang geflogen ist Durch alle möglichen Sachen durch Und jeder hat sich halt Damals in der Filmwelt Gefragt Wie macht er das eigentlich Und das war halt Super stabil Und zu der Zeit Gab es noch keine Kleine Elektronik Und so weiter Und er hat sich halt Einen super kleinen Zusammengebastelten Zwei-Inch-Copter Glaube ich war es Damals gebaut Und der GoPro decased Und hat das damit Irgendwie gemacht Und das war der Punkt Wo alle so Diesen Hype verfolgen wollten Eben solche Besonderen Sachen zu machen Eben mit einem Copter Mit einer GoPro Irgendwo durchfliegen Wo es eigentlich nicht geht Und das war jetzt Wie du schon sagst Ein Jahr ungefähr Immer mehr im Trend Und mittlerweile Springen halt Weil dieser Cinematic-Hype Auf den wir später Noch zu sprechen kommen Immer mehr kommt Dass Leute Das auch machen wollen Und innenfliegen wollen Und deswegen springen Da jetzt immer mehr Hersteller drauf auf Früher gab es jetzt Eigentlich nur Diesen Shen-Drones Squirt Frame eben Der das konnte Und mittlerweile gibt es Fertige Ready-to-fly-Copter Der Nachteil ist Wie der Paddy schon gesagt hat Die Copter wiegen Circa 650 Gramm Also so schwer Wie ein 5-Inch-Copter Haben aber Würde ich sagen Weniger als ein Drittel Der Leistung Zusätzlich zu den Aerodynamischen Nachteilen Weil du eben Diese Ducks hast Diese Propellerschützer Und dadurch Der Schub Relativ ungleich Verteilt wird Oder relativ gleich In eine Richtung Ein komisches Verhalten Ein komisches Verhalten Zum Beispiel ist Wenn man Divet Oder schnell Vorwärts fliegt Dass die Ducks Einfach bremsen Und der Copter Das Jorn anfängt Deswegen brutal Viele Leute Fragen mich auch Hey Cineboop zum Anfang Soll ich das machen Oder nicht Sieht eigentlich ganz cool aus Der Copter geht nicht kaputt Weil ich hab ja Schützer Und ist halt schön klein Ich rate davon immer extrem ab Auch wenn ich zu Tinyboops rate Aber von Cineboops Rate ich komplett ab Einfach weil es wirklich Wie der Paddy gesagt hat Nur ein Tool ist Für Filmemacher Oder professionelle Piloten Um bestimmte Zwecke Zu erfüllen Aber es macht eigentlich Keinen wirklichen Spaß Zum Fliegen Aber wenn ich jetzt So ein bisschen Mal auf Facebook So die bekannten Gruppen Verfolge Wenn ich auf Instagram Schaue Dann sind ja ganz ganz Viele Leute Die fliegen einfach Nur ein Feld entlang Ich meine Es schaut geil aus Aber dafür haben sie Sich jetzt Ein Cineboop geholt Oder sie fliegen Einem Auto hinterher Oder sie versuchen Irgendwie Einen Wing zu chasen Und schaffen es dann Einfach aufgrund der Aerodynamischen Eigenschaften Des Cineboops Nicht Sind die alle Nur auf so einem Hypetrain mit dabei Oder Haben die das Spiel Nicht verstanden Also ich frage jetzt Bewusst provokativ Weil Ich meine Schaut euch mal Schaut euch mal einfach Die Auf YouTube Die Die neuen FPV Videos an Das bei jedem Zweiten Video In der Videobeschreibung Irgendwo Oder im Videotitel Irgendwo Cinematic Und Cineboop mit dabei Und Ich verstehe es halt nicht Für was brauche ich Um einen Feldweg Entlang zu fliegen Und ein Cineboop Ja das Da trifft es eigentlich Der Satz ganz gut Wenn es einfach ist Würde es jeder machen Weil Es ist halt aktuell einfach Die Dinger zu bekommen Und deswegen springt da Relativ jeder drauf Auf Also eigentlich sind die Dinger Hauptsächlich wirklich gedacht Für Indoor Aufnahmen Oder Aufnahmen Dass das eben ein Tool ist Was speziell Für Cinematic Oder noch eine GoPro 7 Für in Anführungsstrichen Cinematic Flüge Wo dann Pizzen Bisschen Alles ziemlich entspannt ist Und dieses ganze Geregelt Ziemlich gemütlich ist Also wahrscheinlich Gibt es Gibt es Ja wie du sagst Oder wie der Niklas Auch gesagt hat Also für Großaußen Weit ab von Menschen Und macht es halt Wirklich Eigentlich gar keinen Sinn So einen Stein zu fliegen Und da muss man auch Ein bisschen aufpassen Es ist halt auch Wie bei Wie bei Woops Und bei allem Dieser Name Cineboop Wird halt auch sehr Inflationär verwendet Ich habe auch schon Copter gesehen Die als Cineboops Verkauft werden Die halt keine Ducks haben Sondern einfach nur Oben und unten So zwei kleine Carbonringe Dass die Propeller Ein bisschen geschützt sind Das ist halt dann eigentlich Auch nicht wirklich Cineboop Aber ich meine Das Namen komisch verwendet Wenn das kennen wir In der Copter-Szene ja sowieso Ich sage nur Air-Mode Und nicht Air-Mode Aber ja Ganz kurz Zu den Beta-Flight-Tuning-Nodes Es gibt tatsächlich Es gibt zwei Verschiedene Versionen Es gibt einmal das HD Da steht dran Dass das Feed-Forward Ein bisschen gesmoothed wird Strong Low Turn Rate Smoothness Low Item Relaxed To Minimize Bounce Back Also Ein sehr entspanntes Setup Und dann gibt es noch Ein zweites Setup Das du dir reinkopieren kannst Und das nennt sich Cinematic Und da steht dann Als Beschreibung For Slow Rate Turns May feel a bit dull otherwise Das sagt es dann vielleicht auch schon Ja das ist halt so Der Punkt so ein bisschen Ja halt Von wegen Ja viel Filter Und wenig Feed-Forward Und so weiter Also Auch gerade was man immer Online sieht Als Cinematic Setup Und so weiter Das ist halt alles Da sieht man Dass die Kopter extrem Überfiltert sind Weil eben auch Immer mehr Presets Kommen Und Die Hersteller Und Entwickler Danach legen Was ich aber Weil es halt einfach Eine Nachfrage danach gibt Aber Ganz im Ernst Leute Ich antworte jetzt mal So provokativ Wie du mich vorhin gefragt hast Leute lernt Eure Kopter einstellen Es ist nicht so schwer Rates zu programmieren Es ist nicht so schwer Feed-Forward Richtig einzustellen Nehmt euch eine Stunde Zeit auf dem Feld Oder fliegt halt einfach Um euer Bounce-Spektrum rum Und ich sag mal Wenn man einen sauber Eingestellten Kopter hat Dann muss man da Seinen iTerm Relax Oder so nicht umstellen Weil Das musst du vielleicht Nur machen Wenn du deinen Racer Zum Filmen nehmen willst Aber das macht doch eh keiner Also von dem her Ja der Paddy macht das Ja aber da ist mir jetzt wurscht Der Paddy schaut es geil aus Ja der macht einen Paddy schaut es geil aus Das ist der Profi Das ist Cinema Dingo Cinema Dingo Ja wie gesagt Tatsächlich bei den GoPro auf dem Racer Es ist mir wurscht Ob der Bounceback Oder sonst so Da ist ja gerade So diese Ruhe Kraft des Racers Soll da eingefangen werden Das ist mir kackegal Ob da jetzt ein bisschen Gebobbelt oder sowas ist Okay also Also halten wir es mal So ein bisschen grundsätzlich fest Cineboops Macht Jetzt nicht wirklich Sinn Für Leute Die Die sich mit dem ganzen Hobby Noch nicht auskennen Macht Nicht wirklich Sinn Als Startcopter Oder als Anfangscopter Weil ich kann mir auch vorstellen Ich meine Ich fliege ja Ich fliege ja den Meteor 65 Das ist ein geiler Copter Solange du den geradeaus fliegst Und sobald ich aber irgendwie Flips oder irgendwas mache Dann fühlt er sich Total komisch an Und ich hatte mal den Beta 85 Mit der Tarsier drin Mit dem konnte man auch Geradeaus super geil fliegen Aber sobald du ein bisschen Dynamischer fliegen wolltest Dann hat er sich total komisch angefühlt Und ich Seitdem habe ich halt so ein bisschen Keinen Bock auf irgendwas Was für Propellerschutz Um meine Copter Um meine Propeller rum ist Weil ich mir einfach immer vorstelle Dass das halt auch einfach Fürs gerade fliegen geil Ja super Aber dann kann ich genauso Ich sage jetzt mal In 80 90% der Fälle Die ich so In Videos sehe Die im Internet Hier so in Sozialen Medien rumgeistern Kann ich eigentlich auch Ein Gimbal nehmen Vielleicht sogar noch Irgendwie so ein Selfie-Stick Der vielleicht irgendwie 2 Meter hoch ist Und damit einfach Geradeaus rumrennen Oder damit ein paar Kurven machen Und kriege wahrscheinlich Geilere Ergebnisse hin Als die Leute Die denken Sie machen jetzt geile Cinematic Cinewhoop Aufnahmen Und fliegen dann da Mit ihrem 3 Zoll Bus Über irgendwelche Felder drüber Ja und das ist der Punkt Wo ich gerne auch anknüpfen würde Ist halt Wo der Punkt ist halt Ist dieser Cinematic-Hype Um das mal schon ein bisschen Vorweg anzuschneiden Ist halt dadurch entstanden Dass Leute sehen Dass FPV-Copter Für professionelle Filmaufnahmen Genutzt werden Und daher kommt auch Dieses Wort Cinematic Dann haben die Leute gesehen Okay es gibt Leute Die diese Cinewhoops Dafür einsetzen Um diese Sachen zu machen Aber ich würde mal sagen Ich komme ja auch Aus dem professionellen Film- und Fernsehbereich Für den In den meisten Fällen Wo aktuell Cinewhoops eingesetzt werden Seien es Diese Flythroughs Und so weiter Wo Sag ich jetzt mal Ambitionierte Amateurpiloten Für professionellen Bereiche Sowas anbieten Oder semi-professionellen Bereich sowas anbieten Würdest du im Normalfall Eine sogenannte Steadycam Heißt Eine Kamera mit einem Schwebestativ Oder einen Gimbal nehmen Und damit Durch den Raum laufen Weil du kriegst Eine bessere Qualität Du hast nicht das Flugzeitproblem Und du kannst es Viel sauberer steuern Das ist einfach Macht da keinen Sinn Ein Cinewhoop herzunehmen Wenn du nur geradeaus Durch ein Gebäude fliegst Das wird erst dann Interessant Sobald du die dritte Ebene Oder besondere Bewegung Mit reinbringst Zum Beispiel so Durch ein Auto Durch zwei geöffnete Fenster Vom Auto durchfliegen Oder sowas Im Autohaus Ganz genau Oder wie Nörg Das in diesem Video Im Museum gemacht hat Eben irgendwie Durch so ein Globus Das ist ja glaube ich Durchgeflogen Oder schräg Durch mehrere Stockwerke Dann macht es Unter Umständen Sinn Aber auch dann Macht es nur Sinn Im semi-professionellen Bereich Weil bei jeder professionellen Aufnahme Würdest du dafür Eine andere technische Lösung finden Weil es einfach Für das große Gesamtbild Mehr Sinn macht Ja da gebe ich dir recht Wobei ich jetzt sagen muss Dass ja teilweise FPV-Aufnahmen Auch mittlerweile in der Werbung Mit eingesetzt werden Ich sage jetzt mal Nicht unbedingt Cinewhoops Aber es gibt jetzt zum Beispiel Eine Ich glaube von Zalando Ist es die Werbung Da fliegt auch Da ist irgendwie eine Szene Die passiert im Im Wohnzimmer oder irgendwas Und dann fliegt der Copter Oder da fliegt die Kamera Quasi aus dem Fenster raus Und springt quasi dynamisch Richtig nach unten Und Also da sieht man auch Dass das mit einem Mit einem FPV-Copter Gemacht worden ist Und das finde ich eigentlich Schon ganz Ganz cool Und es macht halt auch Spaß Sowas anzuschauen Weil es halt mal wieder Was Neues ist Das sind so Sachen Die haben wir Ich meine wir vielleicht schon gesehen Aber so der Mainstream Im Fernsehen Hat sowas halt Einfach in der Vergangenheit Noch nicht so gesehen Und jetzt kommt halt dann Irgendwie der Der kleine Mann daher Und sagt Hey geil Jetzt mache ich auch mal So ein tolles Video Und geil Da gibt es ja Einen Cinewhoop Den kann ich mir hier gleich klicken Für 250 Euro Fertig aus Und dann holt er sich das Teil Ja da hast du absolut recht Also gerade auch in dem Zalando-Clip Ich habe nur mal Ein Teil davon gesehen Oder es gibt auch Ja andere Cinewhoop-Videos Wie das zum Beispiel Vom Benoit Fink Aus Frankreich Mit diesen Kämpfern Das ist einfach Sehr clever Also wenn es Für einen bestimmten Zweck Für einen bestimmten Schuss eingesetzt wird Macht das oft Sinn Wenn man das zum Beispiel Als Beispiel Man sieht In einem großen Gebäude In einer Halle Läuft eine Person In das Gebäude rein Und läuft dann die Treppe hoch Das sind so Geschichten Wo das oft im Cinewhoop Mittlerweile gemacht wird Nicht im professionellen Bereich Aber von Leuten Das als Beispiel Hier ich fliege Cinematic Gezeigt wird Und in der Realität Würdest du dafür Eine Steadicam Oder einen leichten Kran nehmen Einfach weil Das ist ein Konzept Was schon seit Jahren So funktioniert Und du kannst halt Eine richtige Kamera Und viel was die Leute Hier im Hobby Bereich Zeigen Was der Einsatzzweck Ihrer Meinung nach Für den Cinewhoop ist Sind halt Sachen Die im professionellen Bereich Komplett anders gemacht werden Natürlich muss man dazu Sagen Das ist Sag ich mal Kunst Das bleibt jedem Selbst überlassen Wie er das sieht Und Natürlich Warum soll man das Nicht machen im Hobby Bereich Wenn es Spaß macht Nur dann zu sagen Dass sich viele Sag ich mal Ambitionierte Amateure Oder Leute Die halt gut fliegen können Da hinstellen Und sagen Das ist so professionell Finde ich immer ein bisschen Spierig Wenn man Keine Ahnung Von der professionellen Welt hat Oder nur sehr wenig Erfahrung in dem Bereich Ambitionierte Amateure Aus deiner Nachbarschaft Fliegen So wie ich zum Beispiel Ja was mich halt An diesem An diesem Trend immer so ein bisschen Stört Ist halt Diese Verwendung Von diesem Begriff Cinematic Weil Für mich bedeutet Das Cinematic halt Diese ganzen Bildeinstellungen Wie das Bild aussieht Framerate Und so weiter Alles mal auf die Seite Geschoben Aber eigentlich Ja dass du eine Geschichte Erzählen wirst Mit deinen Aufnahmen Und wenn ich jetzt Den Feldweg entlang fliege Gut Dann kann man jetzt An die ursprüngliche Einstellung von Der Shining denken Wo drei Minuten lang Der Hubschreie über das Auto Fliegt Keine Ahnung Was das für eine Geschichte Sein soll Aber Wie wir in diesem Nerd Video Oder in dem auch Was der Niklas gemacht In diesem Video Da wird ja irgendwas Erzählt mit den Bildern Das sind die Bilder Nicht Selbstzweck Sondern die dienen ja dazu Die Handlung Und die Geschichte Voranzutreiben Und es fehlt halt In wahrscheinlich 90% aller FPV Videos Die bei YouTube Unter dem Namen Cinematic Laufen Das stört halt Mich im Endeffekt daran Nehmen wir mich Vielleicht auch gar nicht raus Weil ich habe auch Irgendwann mal eins Meine Videos Cinematic genannt Weil es besonders Viel ND Filter drauf war Oder so Weiß ich nicht Aber das ist So ein bisschen Ich habe das jetzt Immer nur noch mit rein Weil das bringt Klicks Das bringt Klicks Ja okay Dann darfst du aber Die Balken links und rechts Nicht vergessen Na und oben und unten Und quer durch Und quer durch Ja Ne jetzt machen wir mal Machen wir mal den Sack Bei den Cinewops Würde ich sagen Machen wir mal den Sack zu Oder Ich glaube wir haben alles gesagt Ich bin unter der Brücke Durchgeflogen Ich habe es geschafft Es gibt andere Leute Die haben es nicht geschafft Leider dieser fiese Metallbalken Ich glaube eher Du hast dir den Kopf Da auf den Kopf gebunden Und bist dann durchgeschwommen Und hast dann am Schluss Noch einen langen Zwei Meter Stab Hinaus gestreckt Und dass es so aussieht Als ob du über das Staube Auch noch drüber gekommen bist Das ist jetzt eine andere Geschichte Jetzt fragen sich die Hörer Was reden die da So muss ich kurz erzählen Ne Insider Ne Zu traurig Insider Wenn dann der Chris Unseren Podcast Hörst Also nicht unser Podcast Chris Sondern wir haben noch einen Chris Bei uns in der Gruppe Der hat mal einen Copter In den Fluss versenkt Und der Stefan hat die Stelle Heute eben erfolgreich gemeistert Und wenn der das dann hören wird Wie das erzählen Der wird bestimmt weinen Okay Dann red mal nicht drüber Das ist eigentlich Ich verstehe nicht Warum er da durchgefloh Oder warum er das nicht geschafft hat Aber egal Lassen wir es Ich meine Der hört es eh nicht Manchmal sagt zu Bei den Cinewhoops Ich glaube wir haben alles Wir haben alles besprochen Was sie sind Warum Wir sie irgendwie Nicht so geil finden Also ich sehe keinen Einsatz Ich sehe für mich persönlich Keinen Einsatzzweck Ich finde es geil Mal mit so einem 3 Zoll Oder irgendwas Irgendwo auch mal oben Durch den Baum zu fliegen Deswegen habe ich jetzt Bei einem 3 Zoll Mir so Propeller-Gards Mal mit hingepackt Damit ich nicht jedes Mal Wenn ich irgendwo dagegen fliege Gleich abstürze Das ist aber kein Cinewhoop Das ist weit weg davon Ich sehe keinen Einsatzzweck Für den Ich sage es mal Ambitionierten Hobby-Piloten Für den Amateur-Piloten Aus deiner Nachbarschaft Sehe ich keinen Sehe ich keinen Einsatzzweck Eines Cinewhoops Und ich finde Das ist einfach nur Eine neue Sau Der Copter-Hersteller Die durchs Dorf getrieben wird Damit da möglichst viele Leute Auf diesen Hype-Train aufspringen Und sich Ja Wieder was Neues gekauft werden Muss man auch sagen Ist wieder ein neues Produkt Die Leute müssen was kaufen Die Hersteller müssen ja auch Ihr Geld verdienen Und das haben sie eigentlich Ganz clever gemacht so Verstehe ich eigentlich gar nicht Der Copter-Markt Ist doch eigentlich Sich selbst erneuernder Markt Das Zeug geht am laufenden Band kaputt Ja ich wäre auch Back to Basics Also Komponenten Nicht zu sagen Dass es keine Hersteller gibt Die das machen Aber Dass wir mal ein bisschen Mehr von dieser Entwicklung Richtung Cinematic Und dem neuesten Kleinen Scheiß gehen Sondern mehr zu Komponenten Die zuverlässig gut fliegen Und halten Wo man eben nicht mehr Zehntausend Presets Drauf spielen muss erstmal Da wäre ich persönlich dazu Auch speziell Was den Freestyle-Bereich angeht Ja aber das Ich glaube das ist so ein bisschen Dass wir eröffnen uns Mittlerweile immer mehr Und mehr dem Mainstream Ich meine man merkt das ja auch Teilweise an Fragen Die in einschlägig bekannten WhatsApp-Gruppen gepostet werden Dass halt immer mehr Leute An diesem Hobby teilnehmen Die sich halt nicht mit der Materie befassen Und mit einem Betaflight 4.2 Ja da muss ich nicht mal mehr Irgendwelche Zahlen eingeben Sondern da habe ich meine Schieberegler Die stelle ich in den roten Bereich Da weiß ich Oh da wird es gefährlich Oder den stelle ich wieder rüber In den anderen Bereich Da weiß ich Da müsste eigentlich Soweit in Ordnung sein Ich glaube es ist halt immer So ein bisschen die Herausforderung Entweder bist du absolute Nische Und hackst dir halt noch selber Deine ganzen Sachen Oder schreibst noch Deine ganzen Befehle ins CELI Oder du gehst halt immer mehr In den Mainstream Hast immer mehr Dullis sage ich jetzt mal mit dabei Und brauchst dann aber halt Auch immer einfacheres Setup Ja aber da ist der Punkt Also sehe ich voll ein Dass es auch Anfänger taugliche Sachen Geben sollte Aber wie viele Anfänger Ready to fly setzt Die tatsächlich gut funktionieren Ohne dass man die Leute Davor warnen muss Leute geht erstmal ins Betaflight Und checkt alles durch Gibt es denn Weil zum Beispiel Diese ganzen Binding Flycopter Musst du dir überall Immer einen Sender dazu kaufen Und das ist halt genau Irgendwie ein Stück weit Der falsche Weg In die Anfänger reinzubringen Und dieses 4.2 Ist ja alles super Aber dann kommst du wieder Hast du RPM Filter Dann hast du vielleicht Keinen kompatiblen ESC Dann gehst du online Und googlest und sagst Hier du willst Cinematic fliegen Dann kommt nicht Schieb den Regler nach rechts Sondern dann kommt Paste mal das hier In deinen CELI Und dann hast du da 20 CELI Zeilen Und dann geht ja Der Kram dauernd kaputt Weil das alles Standardmäßig mit 20x20 geschippt wird Und irgendwie auf Keine Ahnung 48 GHz läuft Und alles Sonst was So wenn ich einfach Dazu zurückgehen Dass die Komponenten Teilweise wieder größer werden Außer für den Racing Bereich Und dafür einfach funktionieren Wie KISS vor 1 Für ein paar drauf spielen Zum Beispiel Fliegt Und geht nicht kaputt Ne gut Das mit dem kaputt Ich glaube Das ist so eine andere Sache Ich kriege viele Leute Sehr schnell Die Zeit kaputt Aber Ne ich bin da Ich bin da Bei dir Ich habe jetzt mit KISS nicht so viel Erfahrung Ich bin mit Betaverleid 4.2 Auch noch so ein bisschen skeptisch Auf dem 3.2 Finde ich es geil Weil er da halt einfach Längere Flugzeiten hat Und das Ganze halt Relativ einfach Relativ gut getunt worden ist Aber auf allen anderen Coptern Also auf meinem 7 Zoller Bin ich jetzt auch wieder Zurück auf 3.5.7 Wobei ich da auch Meine Befehle kannte Also von dem her Ja ich glaube Man muss Man muss halt auch schauen Wo sich das Hobby In welche Richtung Sich das Hobby Hinentwickelt Und sicherlich wäre es schön Wenn wir mehr Leute haben Die einsteigen Und dass der Einstieg Auch einfacher wird Aber da bitte Nicht mit Zinne Absolut nicht Und auch da Wenn ich da nochmal Kurz anschließen darf Was Betaverleid 4.2 Stockwerte angeht Bei dir hat das jetzt Relativ gut funktioniert Bei Betaverleid 4.1 Zum Beispiel Hat ich Und viele andere Auch Probleme Wo es teilweise sagen Auf dem Copter geht es Auf dem nicht Und dass zum Beispiel Die Stockpard Die ist brutal hoch Und die ganzen Profis Zum Beispiel Die erstmal alle Runter gedreht haben Weil es viel zu krass ist Einfach Das ist halt Wo ich sage Das ist jetzt nicht Super einsteigerfreundlich Es entwickelt sich In die richtige Richtung Aber man sollte Vielleicht auch mal Die Software Für alle Hersteller Teilweise Jetzt nicht nur Auf Betaflight Oder so bezogen Und zu sagen Kiss ist das Beste Das macht keinen Sinn Aber einfach Wenn man sich So Sachen wie Feed-Forward Throttle-Boost Und so weiter Anschaut Es ist halt einfach Brutal komplex Für einen Einsteiger Ich finde auch tatsächlich Dass Betaflight Immer komplexer geworden ist Also allein schon Die Anzahl der Regler An denen ich Ein 4-2 drehen kann Im Vergleich zu 3-5-7 Ist sehr exorbitant Und gerade wie du sagst Als Einsteiger Dreht du es mal hier Und schau was Was sieht Keine Ahnung Also vielleicht sollte Da Betaflight auch Was mal sagen Okay wir bieten Das zwar alles an Aber dafür müsste ich Erstmal den Super-Advanced-Mode Aktivieren Und diese Preset Die es jetzt gibt Die biete ich halt Einfach mit einer Dropdown-Liste Oder sowas an Dann kann ich halt Noch Rates einstellen Aber weiß es nicht Ich glaube Was man auch dann wieder So in WhatsApp-Gruppen Und Facebook und sowas Ich glaube da gibt es Viele Leute Die statt zu fliegen Einfach sich kaputt Theoretisieren Welchen Wert In Betaflight Jetzt noch links und rechts Drehen sollen Dass der Kopter Vielleicht besser fliegt Stattdessen Einfach so wie der Niklas sagt Einfach lernen Mit manchen Sachen zu leben Und um manche Sachen Gerade sowas wie Propwash oder sowas Das ist ja so Das Paradebeispiel Dass man meistens Eigentlich sehr gut Drum rumfliegen kann Und auch sollte Also Ich weiß nicht Schauen wir mal Wo Betaflight dann hingeht Aber nicht mit Zinne Wupps Ja gut Noch mal Sack mal rumfliegen Ja hier Keine Ahnung Ich habe Propwash in der Kurve Weil du das gerade Als gutes Beispiel Angesprochen hast Dabei liegt es einfach Teilweise nicht Unbedingt am Tune Oder sonst was Sondern eventuell einfach Am Piloten teilweise Weil man muss halt auch Gewisse Sachen Klar einmal umpflegen Wenn es Probleme gibt Auf der anderen Seite Muss immer noch der Pilot Die Steuerbefehle machen Und das stimmt schon Was du da sagst Die Leute theoretisieren Sich in vielen Fällen Leider einfach kaputt Anstatt einfach rauszugehen Mit einem Basic Tune einen Basic Copter Und fliegen erstmal So Wie sind wir jetzt eigentlich Von Cine Wupps Ich wollte gerade sagen Wir sind jetzt Vom Cine Wupps Weil der Cine Wupps Scheiße fliegt Und dann sind wir Auf schlecht fliegen gekommen Und Propwash Und wenn Propwash ist Einfach mehr Gas geben Hilft immer Und jetzt würde ich sagen Schwenken wir um Zum anderen großen Buzzword Was momentan irgendwie Nicht mehr aus den sozialen Medien Rauszuholen ist Und zwar Cinematic Nein, der hat es wirklich angesprochen Oh mein Gott Ich habe es ausgesprochen Warte mal Ich habe hier Ich habe hier So eine geile Soundbox Cinematic Ach, diese Soundbox Saugeil, oder? Von dir erinnern wir mich Als du das erste Mal dabei bist Das war so schön Das war so schön, gell? Ja Paddy, du hast die Cine Wupps so toll Zusammengefasst Möchtest du dich nochmal An das Buzzword Cinematic wagen? Oder hast du keinen Bock mehr? Doch gerne Haten kann ich immer Ich glaube Was in FPV-Kreisen Für Cinematic gehalten wird Ist immer eine gewisse Art Wie das Bild aussieht Also diese belächelten Streifen Oben und unten Das kommt einfach daher Weil man Cinematic natürlich kommt Von Cinemastisch Und wie sieht es denn im Kino Aus Beziehungsweise hat man Auch dann so ein bisschen Dieses Breitbildformat Deswegen macht man Streifen Oben und unten hin Bei nicht-anamorphischen Objektiven Dass das dann so aussieht Als ob es so schön Breitbildformat wäre Das ist das eine Was man dann ganz, ganz sieht Und dann Was man auch schon Besprochen haben Ist diese weiche Bildführung Das heißt man will Nach Möglichkeit nicht Dass das Bild irgendwo wackelt Dass das Bild irgendwo Abgehakt ist Abgehakt, nicht abgehakt Versucht dann möglichst Weiche Kurven zu fliegen Versucht das Ganze Möglichst stabil wirken Zu lassen Was dann glaube ich Im FV-Bereich häufig mit Hyper-Smooth Voll aufgerissen Oder Real Steady Versucht wird zu erreichen Und wenn man dann noch Eine Stufe weiter geht Bei den in Anführungsstrichen Semi-Semi-Seniastischen Superpiloten Beziehungsweise Macht es tatsächlich auch Sinn Dass dann ND-Filter Verwendet werden Das heißt wie so eine Kleine Sonnenbrille Für die Kamera Weil Niklas hat das Du mich natürlich Gerne wieder aus der Welt der Halbbarheit Herauskicken Belichtungszeiten Sollten Auf Kameras Eigentlich immer So ungefähr Doppelt der Frame-Rate Gewählt werden Da gibt es dann Wenn man googeln will Die 180-Grad-Regel Bei Filmkameras Und auf Digitalkameras Sieht es dann Im Endeffekt genauso aus Damit kriegt man dann Eine schöne Bewegungsunschreife hin Wie man es ja eben auch Aus In Anführungsstrichen Professionellen Produktionen Gewohnt ist Also Gutes Beispiel Wenn man zum Beispiel Den Hobbit Die Hobbit-Filmreihe Im Kino gesehen hat In einem Kino Und das das konnte Normalerweise Kinofilme sind In 24 Frames Beziehungsweise Glaube ich NTSC Ja So in den Dreh Also ungefähr 24 Frames Die Sekunde Und der Hobbit Hat mal gedacht Geil Wir machen das Mal alles ein bisschen Besser Und machen 48 Frames Ich glaube wahrscheinlich Weil das in 3D Dann irgendwie besser Funktioniert oder so Keine Ahnung Wieso genau Und das sieht man Dann sehr deutlich Da wirkt die Bewegung Alles ein bisschen Abgehackter Und wenn es dann Noch weiter geht Dann sieht es so ein bisschen Aus wie so Auf so Heimkampcordern Wie eben Damals Der creepy Onkel Den Kindergeburtstag Gefilmt hat So sieht das Ganze Dann aus Genau Aber das eben Dann mit der Framerate Im Zusammenspiel Mit der Belichtungszeit Von der Kamera Eben dann genau Die richtige Zeit Eingehalten werden kann Von der Kamera Braucht eben In hellen Situationen Die Kamera So eine kleine Sonnenbrille Deswegen kommt dann ND-Filterchen drauf Und dann Sieht das Ganze Schon ein bisschen Verwaschen aus Bei schnellen Bewegungen Sieht dann sehr Angenehm aus Bügelt dann auch Noch mal kleine Unfeinheiten im Tune aus Und zack fertig Ist das Cinematic Video Einfach ND-Filter drauf Belichtungszeit auf Stoppelt der Framerate Balken oben und unten hin Dann am besten noch Alle Johnny Lads drauf Die man sich gekauft hat Obwohl man die GoPro Nicht auf Flat gestellt hat Ist egal Alle Johnny Lads drauf Und dann ist gut Dann hast Cinematic Ich hab mal Einen Podcast Eine Zeit lang gehört Da ging es um Fotografie Und das war so die Zeit Wo die ganzen HDR-Fotos Rausgekommen sind Wo die Handys angefangen haben HDR aufzunehmen Beziehungsweise Wo dann auch Die Spielreflex-Kameras HDR aufgenommen haben Und Da hat der eine Immer so schön gesagt Das schaut aus wie Clown-Kotze Und Das ist gerade Wenn du Die Aufnahme Der GoPro Oder der Action-Cam Nicht auf Flat hast Und dann noch Irgendeinen LAD drauf schmeißt Oder irgendwie Nachher noch Irgendein Filter Oder irgendwas Das ist teilweise Schaut das dann echt Schrecklich aus Und das erinnert mich Immer wieder an Dieses Wort Clown-Kotze Aber ich wollte jetzt Eigentlich gar nicht So weit Dazwischen reden Ich hab schon gesehen Der Niklas hat sich Zwischendrin gemutet Ich glaub der hat einfach mal Ganz fies die Wand Angeschrien Gebrüllt Weil ich glaub Er als Profi Könnte glaub ich Im Strahl kotzen Wenn er immer mal Wieder sieht Oder hört Was die Leute Für Als Cinematic Verkaufen Oder Oder auch Als Cinematic Halten Oder Niklas Wie schaut's da bei dir aus Ja ich hab jetzt Ja ich hab jetzt tatsächlich Nicht die Wand Angeschrien Aber ja Du hast absolut recht Also das was Bin ich auch nicht Alleine Das was da aktuell Nicht nur in der FPV Szene Sondern auch mal In der normalen Kameras Spiegelreflex Szene Als Cinematic Verkauft wird Ist echt der Wahnsinn Und das ist halt Oft Ja da werden Tatsachen Und Fakten Verwaschen Und nicht ganz Richtig dargestellt Das was der Paddy da richtig Gesagt hat Ist halt Ja filmischer Look zum Beispiel Jetzt mal ganz kurz Zusammengefasst Sind 24 Frames Immer Und ist Eigentlich immer Der Shutter Heißt die Belichtungszeit Der Kamera Ist immer das Doppelte Der Framerate Ungefähr Der Punkt ist aber Das wird angewendet Für normale Aufnahmen Heißt Filmkameras Mit normalen Bewegungen Der Punkt ist aber Wir sind keine Normalen Filmkameras Und wir machen auch Keine normalen Bewegungen Dieser Punkt Der Bewegungsunschärfe Kommt daher Dass Das Doppelte Der Framerate Was die Belichtungszeit Angeht Um mal kurz Technisch zu werden Ungefähr Der natürlichen Belichtungszeit Unres Auges Entspricht Heißt Wenn du die Hand Vor deinem Auge Schnell hin und her Bewegst Siehst du einen Natürlichen Verwisch-Effekt Und Wenn man das Doppelte In seiner Kamera Framerate nimmt Kommt es ungefähr Dem natürlichsten Look Sag ich mal hin Nachdem aber So ein Kopter Deutlich schneller ist Als Sag ich jetzt mal Eine normal bewegende Kamera Sieht es halt oft Je nachdem wie es Eingesetzt wird Relativ doof aus Wenn man zum Beispiel Beim Freestyle fliegen Einen Shutter Von 180 Grad hat Dann sieht es meistens Ziemlich doof aus Vor allem bei 24 Frames Weil man halt außer Verwisch-Effekten Nichts mehr sieht Und dass sich da viele Semiprofessionelle Leute an Sag ich mal Fakten Aus dem Filmbereich Bedienen Die aber auf Ein komplett Anderen Bereich Angewendet sind Ist halt ein bisschen Doof Weil es irgendwie Ja Keine Stützung der Argumente hat Ich kann nicht Äpfel mit Birnen Vergleichen Und dieses Cinematic Word Was da halt Viel Verwendet wird Das sind halt Wie der Patti gesagt hat Viele ruhige Aufnahmen Viel geradeaus fliegen Weil halt die Leute denken Dass das Filme spürt Und für Filme gut passt Der Punkt ist aber Wieso FPV so bekannt Geworden ist Ist wegen den Einzigartigen Perspektiven Und geradeaus fliegen Ist mittlerweile Auf der einen Seite Nicht mehr einzigartig Auf der anderen Seite Kann man das mit der Inspire genauso gut machen Ähm Als Beispiel auch Autos chasen Oder was auch immer Chasen Einfach geradeaus Hinter dem Auto herfliegen Ähm Das konnten die Leute Im Film- und Werbefilmbereich Schon vor 10 Jahren Die haben einfach Ein zweites Auto genommen Und sind hinterhergefahren Dafür brauche ich Keinen FPV-Copter Und das ist halt das Wo die Leute Leider aus dem aktuell Aus dem Freestyle-Bereich Von vor ein, zwei Jahren Wo jeder coole neue Tricks Gemacht hat und so Mittlerweile in diesen Cinematic-Bereich gehen Und sagen Ja ich fliege geradeaus Das ist anspruchsvoll Natürlich ist es nicht einfach Und es sagen alle Sie wollen in diesen Professionellen Bereich rein Oder viele sagen es einfach Aber es hat auch Mit dem professionellen FPV-Film Hat dieses Cinematic- Geradeaus fliegen Nichts zu tun Und da sollten die Leute Einfach Also wer Spaß am Fliegen Haben will Rausgehen Freestyle-Fliegen Spaß haben Aber das sind da Verschiedene Bereiche Die nicht richtig Miteinander Die da einfach Miteinander vermischt Vermischt werden Und Ja Also wird Ist einfach ein bisschen Overused Und ist nicht mehr Einzigartig leider Jetzt hast du alles Zerstört Jetzt habe ich alles Zerstört Jetzt kann ich auch nicht mehr Jetzt werfe ich meine ND-Felder wieder weg Ja jetzt schmeiße ich Meine ND-Felder wieder weg Jetzt mache ich die Balken Von meinen Videos wieder weg Jetzt mache ich wieder Irgendwelche Freestyle-Tricks Und fliege nicht einfach Nur geradeaus Berg hoch oder runter Autos hinterher Wer konnte denn ahnen Dass die 200-Euro-GoPro Oder 300-Euro-GoPro Nicht ähnlich Filmische Aufnahmen liefert Wie keine Ahnung Eine 10.000-Euro-Red-Kamera Oh man Die Red-Epic Bevor wir da jetzt Einen Haufen Hate Drauf bekommen Ich glaube Weder Also weder ich noch Ihr wollt sagen Dass es falsch ist Wenn da jemand Bock Darauf hat Das zu machen Oder dass wir das Nicht tun sollten Ruhig durch die Gegend Zu fliegen Mit einem ND-Filter Und Crop-Bass Das ist künstlerische Freiheit Wer da Bock drauf hat Soll das gerne machen Allerdings Da sind wir wieder Beim gleichen Vergleich Wie vorhin Macht das nicht Was euch Spaß macht Und was ihr Ich denke mal Im Hobby-Bereich Für richtig haltet Oder für professionell haltet Und sagt dann So funktioniert die Profi-Feld Das ist halt einfach was anderes Wer da Bock drauf hat Soll es machen Spaß haben Wenn er es feiert Künstlerische Freiheit Wenn er Pettibock hat Auf dem Racer Einen ND-Filter zu machen Soll er machen Sieht auch cool aus teilweise Aber sagt nicht Dass es professionell ist Es sieht so viel schneller aus So ein ND-Filter Durch diese ganze Unschärfe Jetzt verrate doch nicht Meine Geheimnisse Das ist richtig, ja Das kannst du aber auch Im Post noch mit drauf machen, ne Ich fliege auch auf der FPV Mit einem ND-Filter Dass es dir vorher was aussieht Jetzt hast du alles Das ist auch gut Das ist auch gut Wobei ich muss immer mal Ganz kurz sagen Niklas Weil du gesagt hast Irgendwie so lange geradeaus fliegen Das ist auch nicht einfach Wenn man versucht Einfach mal wirklich Über so ein Kornfeld Oder so Wenn ich manchmal Bei mir mit einem 7 Zoll Einfach eine Runde So eine gute Abendrunde Fliege Einfach nur so ein bisschen Zum Genießen Dann fliege ich auch Für mich cinematic Dann fliege ich möglichst Niedrig Überm Kornfeld So in den Sonnenuntergang rein Das finde ich total geil Das macht total viel Spaß Aber was ich halt wirklich merke Ist Gerade Auf einer Höhe zu fliegen Ist extrem schwer Also ich glaube Da fängt es ja auch schon an Ich glaube Wenn ich mir deine Aufnahmen anschaue Dann brauchen wir jetzt gar nicht reden Du hast ja teilweise so krasse Also bei dir fliegt es wirklich Wie wenn du Wie wenn du mit dem Auto fahren würdest Und oben noch irgendwie ein Gimbal drauf hast Und dann aber eben Unter einer Brücke durch Oder wo du da An den Fluss geflogen bist Oder so Also hammerkrass Ich glaube Es fängt halt da schon an Du siehst halt Ist es ein Profi Oder ist es jemand Der es halt versucht Weil ich jetzt glaube ich Auch kein Cinematic Video Hochgeladen habe Wo ich über das Kornfeld fliege Aber Ich scheitere da eigentlich schon Einfach mal Keine Ahnung 500 Meter Auf einer Höhe Ohne zu schwanken Über ein Kornfeld zu fliegen Und Ja Ein guter Punkt Wir wollen niemanden irgendwie Jetzt hier irgendwie Ans Bein pissen Und sagen Hey was du machst Ist falsch Wir wollten halt einfach nur mal Diesen Diesen Hype ansprechen Und sagen Hey Leute Komm mal wieder ein bisschen runter Und ich finde es auch ganz toll Was du gesagt hast Jeder soll das machen Was er Spaß macht Und ich glaube Das ist so momentan So ein bisschen das Was die Leute Ja Nicht falsch machen Ich meine Richtig und falsch ist schwierig Aber wo halt die Leute sagen Boah ich muss jetzt unbedingt Cinematic machen Und jetzt muss ich noch oben und unten Den Balken mit einpacken Und dies und das und jenes Und jetzt muss ich ganz smooth fliegen Und alles mögliche Und Aber einfach mal wieder So ein bisschen die Sau rauslassen Und die Akkus quälen Und einfach mal Flips und Rolls Und 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 Yaw Spins Und alles mögliche zu machen Ist halt eigentlich Viel geiler Als Dass wir irgendwie Das 87ste Cinematic Cinewhoop Video Sehen Wo irgendjemand wieder Einfach mal geradeaus Über den Feldweg fliegt Und aber da die Höhe Nicht halten kann Und immer die ganze Zeit Zwei Meter hoch und runter dingelt Also von dem her Leute versteht es nicht falsch Ihr könnt machen was ihr wollt Ihr könnt das Zeug nennen Wie ihr es wollt Ähm Aber Versucht es nicht Oder versucht nicht Den anderen dann zu erklären Wie die Welt funktioniert Und vor allem Versucht nicht den Profis Weil es gibt wirklich Einige wenige Profis da draußen Die es wirklich geil können Und Da ist keine Werbung Oder irgendwas Aber schaut euch mal Die Videos von mir Nein Spaß Schaut euch mal die Videos Von Niklas an Ähm Der hat jetzt auch Du hast ein neues Showreel glaube ich Gemacht Auf deiner Internetseite Ähm Da seht ihr Da seht ihr dann auch Was Was Cinematic Sein kann Nein Falsch Mein Flieger ist nicht Cinematic Ich verkaufe das als alles andere Als Cinematic Ähm Okay Ne weil der Punkt da Das ist halt ja Ähm Weil viele Leute sagen Ja dieses Cinematic fliegen Muss ich aber lernen und machen Weil das ist das Wie das die Profis machen Und damit verdienen die ihr Geld Ähm Glaubt mir die wenigsten Profi-Piloten in dem Bereich Verdienen ihr Geld Mit Cinematic Geradeaus fliegen Ähm Und das hat mit Cinema Auch relativ wenig zu tun Weil es eben Eine eigene Perspektive ist Es hat nichts mit Cinematic Kameras zu tun Es muss natürlich ruhig geflogen sein Aber Es sagt ja deswegen nicht Keiner Dass es nicht dynamisch sein darf Und die meisten Sag ich mal Großen Firmen Wollen diese Diese Aufnahmen Eben weil sie eine besondere Perspektive sind Und nicht weil es das ist Was es schon gibt Ähm So viel dazu gesagt Aber wie Wie Stefan schon gesagt hat Rausgehen Freestyle fliegen Spaß haben Wenn man sich einfach mal Das hat Mache ich auch immer öfters Weil gerade auch Viele Freestyle-Piloten Mit denen ich hin und wieder schreibe Wie zum Beispiel J.Tru FPV aus Frankreich Ähm Der wirklich auch Filmisch fliegen kann Und super gut Technisch Freestyle fliegen kann Hat einen ähnlichen Stil wie Highflight Wir haben uns auch drüber unterhalten Und haben gesagt Hey Er hat neulich auch was gepostet Und sagt Hey Leute Das kann es doch nicht mehr sein Jeder Freestyle-Pilot Von damals irgendwie Oder heutiger Freestyle-Pilot Fliegt nicht mehr Freestyle Sondern fliegt halt Irgendwie Cinematic Und irgendwie gehen die Individuellen Flugstile Leider immer mehr verloren Unter Piloten Und wenn man sich da einfach Als Inspiration Wieder die Videos Zum Beispiel von Highflight FPV Von vor zwei Jahren Anschaut Oder vor drei Jahren Das ist technisch Vom Fliegen her Deutlich anspruchsvoller Als das Was viele Piloten Heute machen Leider Und viel anders Auch vom Stil her Einfach Man erkennt Den Piloten schon Am Flugstil Und das ist halt Wirklich schön Weil das gibt es Leider immer weniger Finde ich persönlich Das ist richtig Also die Flugstile Vermischen sich mittlerweile Oder verwaschen sich Untereinander Ich werde mir mal Die Piloten anschauen Die du jetzt gerade Angesprochen hast Die werde ich auch unten Verlinken In der Beschreibung Weil mir die beiden Tatsächlich nichts sagen Schande über mein Haupt Ich kenne immer nur Die großen Rotoride Piloten Botgrinder Und den Botgrinder Genau richtig Ja Nee aber Paddy Berühmte letzte Worte Zum Cinematic Und dann glaube ich Ist das Wort Auch ausgelutscht Oder Ja Was heißt berühmte Letzte Worte Wie ihr schon gesagt habt Einfach Jeder kann machen Worauf er Bock hat Das ist eigentlich Das Wichtigste Aber halt nicht irgendwie Sich in die Schiene Versuchen Selber hinein zu zwängen Die einem jetzt erstmal Gar nicht so wirklich viel bringt Sondern erstmal In den Basics arbeiten Und dann kann man Immer nochmal weiterschauen Ob man die Gobschro jetzt umstellt Oder einfach auf Autolist Ein Punkt Der mir jetzt gerade Noch spontan entfällt Den wir überhaupt Nicht angesprochen haben Den ich jetzt einfach Mal mit reinschmeißen will Weil ich glaube Der passt ganz gut Wird zu viel stabilisiert? Ja Ganz kurz und knapp Ja Paddy So im Spaß Fliegerbereich Denke ich auch Ja Ich glaube Niklas So im Profibereich Wenn es halt wirklich Gut sein soll Dann hinterher mit Realsteady ja gern Aber so in diesen Normalen Freestyle-Videos Man braucht es jetzt Ist meiner Meinung nach Eigentlich nicht Das ist dann eher so Jeder selber gefragt Dass man ein bisschen Geiler fliegt Dass man eben Die Stabilisierung nicht braucht Ja Also fliegen Ich sage immer Viele sagen Ja Du musst den Copter Nicht sauber tunen Musst du nicht sauber fliegen Einfach realsteady drauf Fertig Ja stimmt Geht mittlerweile Größtenteils Oder auch mit Hypersmooth Aber Ich sage auch ganz offen Ich nutze es für den Professionellen Bereich Einfach weil es von der Art Der Aufnahme Diese kleinen Mikrowackler Teilweise Die nicht durch den Tune kommen Sondern einfach Durchs Fliegen Wie der Copter fliegt Einfach nicht so Also Die Aufnahmen sehr stark Von normalen Aufnahmen Abheben Und durch dieses Realsteady Wenn es auch nur Sehr leicht eingesetzt wird Also wirklich minimal Eingesetzt wird Wirken die Aufnahmen So einen Ticken weicher Und das ist halt Fürs Auge schöner Zum Anschauen Deswegen wird es auch Im professionellen Bereich Viel genutzt Aber Ich sage mal Mehr weil es schön ist Und ein nices extra Anstatt weil man es braucht Und im Freestyle Bereich Definitiv Also Freestyle Und Realsteady Ist was Was finde ich Wenig zusammenpasst In so einem Longrange Video Wo man gerade ausfliegt Am Berg Gerne Es sieht cool aus In bestimmten Fällen Gerade bei Gap 707 zum Beispiel Der macht da richtig coole Sachen Aber Sonst echt Ein bisschen overused Fast Also ich muss ganz ehrlich sagen Ich finde Das Realsteady Wenn du das auf Maximum stellst Und dann Egal ob das jetzt irgendwie Geradeausfliegen ist Oder Freestyle Ich finde es schaut Grauenhaft aus Und gerade Also Ich bin voll bei dir Wo du sagst Hey wenn man irgendwie Lange gerade Shots fliegt Oder irgendwas Dass man dann mal Ein Hypersmooth anmacht Oder Also ich mach das Hypersmooth an Oder auf meinem 7 Zoll Oder mit Realsteady So ganz leicht Diese kleinen Vibrationen Oder kleinen Mackler Rausbekommt Die halt vielleicht Durch was auch immer Reinkommen Dass das ganze Bild Einfach ein bisschen Flüssiger noch ausschaut Aber alles andere Finde ich Schaut schrecklich aus Und ich glaube Das macht auch so ein bisschen Dass alle Leute denken Ja geil Ich hab mir jetzt 5 Zoll Oder ich hab mir jetzt Ein Cineboop gekauft Und jetzt haue ich mir Dann noch eine GoPro 8 drauf Oder ich hole mir Realsteady Am besten noch Die Leute Die dann fragen Wo kann ich ein Realsteady Umsonst runterladen Und Die dann denken Sie haben hier die Die geilsten Aufnahmen Weil sie irgendwo Durch den Wald geflogen sind Und Das ganze halt dann Auch noch so verzogen ist Weil irgendwann siehst du es ja Glaube ich bei Realsteady auch Dass Dass halt das ganze Bild Sich so ein bisschen Vermorft Oder halt dann auch Zu Zu Verzogen ist Ähm Also ich finde Das geht gar nicht Und gerade bei Freestyle Videos Einfach einen Sauberen Tune vom Copter Keine Stabilisierung mit drauf Gib ihm Allerschönste Was man anschauen kann Ja da habe ich neulich Tatsächlich in der Facebook-Gruppe In einer amerikanischen Ein Video gesehen Wo einer seinen ersten Seinen Maidenflug gepostet hat Erster Flug Neu Copter aufgebaut Erster Flug mit dem Copter Und ich weiß nicht Wie es bei euch ist Aber ich kenne so noch Die Videos Wo man so Fliegen war abends Irgendwie auf dem freien Feld Seinen ersten Flip gemacht hat Dann einfach so Total verwackelt Als DVR gepostet hat Und in der In der Facebook-Gruppe Und gesagt hat Hey cool schaut mal Leute Ich habe heute den ersten Flip geschafft Und sein Video war halt einfach Sein Maiden Video War mit Real Steady stabilisiert Und Real Steady ist Wie du schon sagst In der Standard-Einstellung Sehr stark eingezoomt Sehr stark stabilisiert Und ich finde das so ein bisschen schade Weil so einfach diese Diese Charakter kaputt geht Vom FPV fliegen so ein bisschen Und Ja ich finde da sollte man einfach Das so ein bisschen zurückbringen Und gerade so am Anfang Ist es doch schön zu sehen Was der Pilot Wo seine Stärken liegen Wo die Stärken nicht liegen Und ich finde da kann man auch Ganz offen sagen Es muss ja nicht jeder Super smooth Super sauber fliegen Es geht doch um den Stil Von Piloten Und wenn der ein bisschen Ja sag ich mal Aggressiver ist oder nicht Ist doch schön Ich meine Mehr Unterschiede sind besser Das macht es interessanter Das Ganze Ich finde es schön Dass du sagst Weil ich habe auf meinem YouTube-Kanal quasi von Anfang an Auch schon einmal mitgefilmt Und das ist eigentlich Genauso wie du sagst Also das Das sind so die ersten ersten Rollen Die ersten Flips Wackel wackel Und du siehst da auch Tune vollkommen egal Aber halt einfach Wackelige Finger Wackeliges Gefliege Und ich finde das sieht man halt auch Dass man selber dann doch Irgendwo mal ein bisschen Besser geworden ist Wenn man es sich mit heutigen Aufnahmen vergleicht Das weiß ich Wenn man es von Anfang an stabilisiert Nimmt man sich vielleicht selber So ein bisschen Das Potenzial besser zu werden Ja das stimmt Man sieht halt auch Also nicht nur Wie man als Pilot Sag ich mal So sich weiterentwickelt Sondern auch einfach Wie man lernt Mit der Technik umzugehen Der Copter wird sauberer gebaut Man findet vielleicht Ein besserer Prop-Motor-Kombo Dann werden die Flips sauberer Man hat einen anderen Sender Man sieht direkt Derjenige fliegt sauber Also so war es bei mir zumindest Als ich von meinem alten Anfänger-Sender auf Was besseres umgestiegen bin Und so Sachen Man fliegt das erste Mal Drei Blatt-Props Man sieht direkt Hey der fliegt besser Und wenn man das alles Immer durch Real-Study durchhaut Dann sieht man Sieht es alles gleich aus Und man sieht auch Zum Beispiel Wenn jemand seinen Copter Besser tunen kann auf einmal Dann postet er das Video Oder schickt es in der Gruppe rum Und man sieht direkt Boah cool Hey der hat einen richtigen Fortschritt gemacht Und man kann sich so auch Viel mehr helfen Und unterhalten Und hat Gesprächsthemen Wahrscheinlich merkt man Den Progress Wenn man Real-Study verwendet Einfach mit welchem Grad An Real-Study Man die Videos Nachbearbeiten muss Ja das kann natürlich auch sein Aber Schwieriger Vergleich Ne das war nur Spaß Nein Also ich bin da Ich bin da voll bei euch Ja Ich finde es auch schön Mir alte Videos anzuschauen Von vor zwei Jahren Oder so Wie schrecklich ich da geflogen bin Und ich dachte damals schon Ich bin der König Und Das macht ja auch Spaß Das ist ja genau das Was man Was der Paddy auch gerade gesagt hat Einfach mal beim Paddy So die Die ersten Videos anschauen Wo er dann In der Lächelnau noch fliegt So die ersten Gates fliegt Oder so Und jetzt Anschauen was Was jetzt ist Und das kann man ja quasi Dann auch Hochrechnen Auf in fünf Jahren Da wird er immer noch Nicht besser fliegen Aber Ich weiß ja nicht Die Kurve flacht glaube ich Irgendwann ab Genau richtig Wir können ja Eine Challenge machen Und einfach Auf dem Munich FPV Instagram Kanal Von jedem von uns Eine neue und eine alte Aufnahme Innerhalb von einer Minute posten Sei es Racing oder Freestyle Eine alte DVR Und eine neue DVR Dann müssen die Leute Entscheiden Was alt und was neu ist Nein aber einfach Um so den Progress zu sehen Weil das was wir Die Diskussion Die wir jetzt gerade Angestoßen haben Für die Community Auch einfach Ich meine Wenn ich jetzt ins Hobby Einsteigen würde Ich würde auch Jetzt nicht unbedingt Was meine blutigen Anfänger Posten wahrscheinlich Wenn man die ganzen Reset-Geschichten Oder saubere Videos Oder so sieht Aber einfach Dass die Leute auch wieder Sich glaube ich Ein bisschen mehr trauen Weil ich kenne auch Viele Anfänger Die dann sagen Ja weiß nicht Aber weißt du Bei dem sieht das so sauber aus Und so cool Und das kann ich doch nicht posten Das interessiert doch keinen Doch klar Ich meine wir sind eine große Community Habt Spaß Das ist echt eine coole Idee Paddy schafft man oder? Ja klar Wie gesagt Bei mir ist eh alles online Da kann man schon mal Was rausziehen Und was neu daneben Daneben hauen Das wird schön Der gläserne Paddy Dann sieht man alles online Bei dir Alles Jeden Nichts zu verbergen Nichts zu verbergen Jeden kleinsten Wackler Ja schön Jetzt sind wir fast eine Stunde lang Nur am Hayden Und nur am Ranten Es ist glaube ich Echt heftig Für euch da draußen Wenn ihr Wenn ihr jetzt noch dran seid Wir haben Also grundsätzlich War es uns einfach mal Oder wollten wir einfach mal Diese Themen Cinematic Und Cineboop Ansprechen Dass nicht jeder Hypetrain Irgendwie super cool ist Und das sag ich Als TBS Fanboy Der sich jeden geilen Shit Immer wiederholt Dabei fällt mir auf Paddy Haben wir eigentlich schon Den Fortschritt Unserer Fusion Module Angesprochen Unverändert Die liegen immer noch In Hongkong glaube ich Oder in Singapur In Singapur glaube ich Ich hab mir mittlerweile noch Ein Micro Crossfire Micro bestellt Das war ja irgendwie Letztens im Sale Für 30 Dollar Wofür brauchst du den Wenn du schon Eine Tango hast Weil ich mein Brüderlein Sponsoren muss Der fliegt noch Free Sky Fiesen Profit Würdest du rausschlagen Und da dachte ich mir Naja Für 30 Euro So ein Micro V1 Warum Warum nicht Brüderlein Wenn du das hörst hier Kannst dich freuen Kriegst ein Micro V1 Von mir Aber das ist übrigens schon Das ist schon weiter Das ist schon verschippt worden Ich glaube es kommt sogar Aus dem selben Lager Keine Ahnung Aber das ist glaube ich Irgendwie in 5-6 Tagen Ist das bei mir Nur mal so Nebenbei Ja Genug Garantet Ich würde sagen Wir machen heute Ein Sack zu Wir machen jetzt Mal die Obligatorische Stunde Die haben wir voll Wollen euch nicht länger Nerven Es gibt noch eine Sache Die mir so ein bisschen Am Herzen liegt Oder was heißt Am Herzen liegt Wenn ihr da draußen Bis hierher zugehört habt Und ihr das Ganze Über Spotify Oder iTunes Gehört habt Dann habt ihr hoffentlich Ein Abo Schon dagelassen Das hilft uns So ein bisschen Auch mal ein bisschen Die Reichweite zu messen Mal zu sehen Wo stehen wir Wie Wenn ihr bis hier Zugehört habt Und kein Abo Auf einem dieser Beiden Kanäle habt Dann macht es doch einfach Weil es würde uns Einfach ein bisschen helfen Da eine größere Zahl Dahinter stehen zu haben Damit vielleicht Irgendwann mal Irgendwo Aufmerksamkeit Zu erregen Bei irgendjemand Der uns dafür Ich sage jetzt mal Nicht Geld geben möchte Aber ein bisschen Unterstützen möchte Weil ich muss auf der Anderen Seite auch Dazu sagen Ich meine Wir machen das hier Komplett Ja Zahlen wir alles Aus eigener Tasche Wir haben jetzt hier So eine tolle neue Recording Software Und seitdem klingen Wir auch alle Viel geiler Die wollen auch Ein bisschen Geld Von uns pro Monat haben Und wenn man da Irgendwie mal In Zukunft Auf eine Schwarze Null Kommen würde Dann wäre das Ziemlich cool Ansonsten Vielen Dank Fürs Zuhören Ich hoffe Eure Ohren Bluten nicht zu sehr Vor lauter Rants Und Wollt ihr noch Was loswerden Paddy Niklas Noch einmal Jetzt hier Ins Mikrofon Schreien Niklas Cinematic Auf geht's Nein Nein Ich kann nicht Nein Spaß Aber Ja Ich glaube Da sind so ein paar Sachen dabei Die vielleicht einfach mal Gesagt werden mussten Dass es mal jemand anspricht Ich glaube es geht Vielen Piloten ähnlich Oder viele Piloten Überlegen Was sie davon halten sollen Und deswegen Eine ganz coole Runde Dass wir das hier so Angesprochen haben Und Ja Vielleicht bewirkt es Irgendwas Und Vielleicht Vielleicht denkt der eine Oder andere Pilote ähnlich Und Genau Genau Schreibt uns auch mal Wenn ihr das ähnlich seht Oder wenn ihr sagt Hey Ihr habt überhaupt keine Ahnung Hier von Munich FPV Ich bin hier der geile Cinematic Cinewhoop Pilot Und Wenn ich über den Acker baller Mit meinem Cinewhoop Dann ist das das allergeilste Vor allem wenn ich es mit 30 Frames per Second Aufnehme Und dann auch noch Verlangsame Stotter Niklas glaube ich Gerade vom Stuhl gefallen Ja Genau Nein Wie gesagt Wie wir Jetzt glaube ich Alle mehrmals gesagt haben Macht das Woher zu ihr Spaß habt Egal was es ist Und Genau Habt Spaß Am Fliegen Paddy gehst du jetzt Noch eine Runde Mit deinem Cinewhoop Fliegen Ne Ich versuche jetzt Meine Fuji X-T4 Auf meinen Kopf Da zu schnallen Dass ich auch Aufnahmen Machen kann Die dem Niklas Endlich Genüge tun Aber das ist dann Das Rant Thema Fürs nächste Mal oder Ja bitte Warum meine X-T4 Auf einmal kaputt ist Ach hey Und der SC Durchgebrannt ist Das hält ja schon aus Die wiegt nur Zwei Kilo mit Objektiv Oder brauchst du eine Drohne Drohnenführerschein Hab ich Apropos Drohnenführerschein Wir müssen uns irgendwann mal Mit den neuen Gesetzen Auch auseinandersetzen Ne Nein Ist mir egal Ich fliege einfach wie ich will Was wollen sie machen Schwieriges Thema Nächstes Rant Thema Die neuen Drohnen Gesetze Nein Aber ja Man hört sich damit befassen Irgendwann Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr Zeit Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr Zeit Auszukaspern Wer sich von uns Den Schuh anzieht Und da mal Sich einliest In die ganze neue Drohnen Da wissen wir doch schon alle Wer genau das Richtige Für das Thema ist Der Chris Der Jura Chris So schaut's aus Sehr schön Da hab ich dann wieder keinen Bock Keine Zeit Ja Also das Thema wird auf jeden Fall kommen Wenn ihr irgendwie andere Themen Wünsche habt Themen Vorschläge habt Dann schreibt uns das auch einfach Einfach irgendwie in die Kommentare Irgendwo unter eine Folge Wir posten das auf Social Media Oder Auch auf unserer Internetseite Einfach einen Kommentar mit da lassen Ansonsten wie gesagt Lasst uns ein Abo da Das würde uns sehr helfen Einfach die Reichweite Ein bisschen zu vergrößern Und ansonsten sage ich Vielen Dank euch beiden Danke Niklas Dass du mal wieder dabei gewesen bist War schön wieder Mal mit dir zu podcasten Mal deine professionelle Medienmeinung Wieder zu hören Und Paddy Vielen Dank Dass du uns mit deinen wunderbaren Worten Beglückt hast Ja sehr gern Sehr gern In diesem Sinne wünsche ich euch Einen schönen Abend Und bis zum nächsten Mal Tschau Tschö 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020